Musik So, wenn Sie nach Osten schauen, dann sehen Sie, unsere DA300 kommt von einem Rundflug zurück und landet hier auf unsere Piste 27 herein. Für alle Nicht-Flieger, die hier sind, Piste 27. Was bedeutet das? Der Flugplatz Nötsch hat eine Piste 27 und eine Piste 09. Ich werde das Rätsel für Sie jetzt auflösen. 27 bedeutet nichts anderes als wie 270 Grad. Also die Piste ist genau nach Westen ausgerichtet. Wenn man von Osten anfliegt, dann landet man in Richtung Westen und somit auf der Piste 27. Kommt man von der anderen Seite, also vom Westen herein, dann landet man in Richtung Osten, also auf der Piste 09, was das nicht bedeutet wie 90 Grad. Wenn Sie sich eine Kompass mit der Gradskala vorstellen, dann ist 90 Grad genau Osten und 270 Grad genau Osten. Então, wenn man� born, dann wird sich eine Kompass mit dem hier